Diese Runde? 4 zu 1. Ich habe gewonnen. Digga, ich kam gerade rein. Coins ist ein Verräter, der ist im Gegner-Team. Digga, ich habe sogar noch ein 3 zu 1 gewissen. Was ist los? Ja, weil du nicht auf mich gestoßen bist, ja? Sonst hättest du keine Chance gehabt. Dafür habe ich eine Battle-Tech-Verdin. Kommt, komm, bitte. Bitte gib mir diese Battle-Tech. Komm, geben Sie mir diese Battle-Tech. Ja, ich habe einen Battle-Tech. Eins habt? Ja, das war wohl 4 Leute, nicht einer, der einfach nur reingejoint ist in die Partie. Wie viele hast du jetzt? 3. 3? 3 Battle-Techs. 6, 4 hast aber 3. Alle 3 zusammen. Ich brauche nur noch 7 für ein Battle-Tech-Opening. Können wir das heute schaffen? 7 Battle-Techs. Digga, ich will euch wieder joinen. Ja, können wir lieber wieder in unser Team. Und mein Trupp, mein Trupp hat eine KD von 4, weil ich das Trupp bin. Du bist das Trupp? Ich bin diese Trupp. Diese Truppe seien sehr präzise, in der du warst. Drei Battle-Techs. Der Digga, ich bin noch gar nicht so weit. Bei mir wird die Karte noch geladen. Das ist übelst lahm bei mir, gell? Vielleicht werde ich noch streamen, oder? Ich weiß es nicht, so. Der Trupp. Mein Trupp ist... Ach, scheiße. Nein. Scheiße im Dreck. Ich bin bei MM. Was haben wir denn für komischen Helden auf? Digga, was ich nicht wusste eben. Wir sind das Deutsche, weißt du? Du, ich werde automatisch eigentlich in... Ich werde automatisch in euren Squad normalerweise dann reingeholt, ne? Deswegen bin ich jetzt straight auf Teamwechsel gegangen, damit ich noch in euer Team komme. Jetzt bin ich wieder im Gegner-Team. Oh, was? Coins, du kriegst jetzt die Rache der Sniper in die Fresse, ne? Sniper jetzt auf der Karte. Wir treffen uns oben. Du weißt, wo. Ja, ich weiß, wo. Digga, jetzt wird gesnipet. Ja, habe ich auch erst vorhin rausgefunden, Juria, mit dem Mörser. Ist aber ganz lustig eigentlich. Oh, wir sind sehr nah, das Wannenhoch zu ziehen. GG. Coins. Ich bin gleich oben. Oh, shit. Ich noch nicht. Ich aber. Nade, hier ist ein Nade. Was ist los? Ich wurde weggeholt auf dem Weg nach oben. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich glaube, wir wollen uns so umtreffen. Was ist los? Ja, ich komme nicht hoch. Oh, Digga, ich habe einfach auf gut Glück irgendwo hingeschossen. Ich habe einen getroffen. Alter, ich kriege das nicht gebacken. Ich will immer aufstehen, drücke ihr X und er springt instant runter. Ich sehe dich. Wie kommt ihr von da hinten hoch? Oh, das war der falsch. Oh, nein. 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 Nein, vergiss dich. Er war richtig schlecht. Er war richtig schlecht, der mich aufhalten wollte. Oh, shit. Oh, die Granate. Okay, ich habe aber einen 4-0 gehabt. Ach, fucker. Aber MM klärt. MM ist am Start. Sie ist noch verlassen. Das ist ein Schlumpf, Alter. Oh, von wo? Oh mein Gott. Wenn nicht. 4-5-5 jetzt. So. Alles klar bei dir? So, Digga. Schon wieder dieser MP-Snipe. So, wieder hier. Hier, auch da ist jetzt. Ich auch gerade einige. Können wir uns hier auch im Squad eigentlich jetzt? Egal. So. Ich habe heute irgendeinen legendären Rahmen oder so. Du hast ja auch MM, oder? Er stirbt. Alter. Oh. Auf. Töte ihn. Oh, hey, ich bin unter dir. Können ja ruhig. Töte die anderen. Ich such den Gitter, der dich geketernt hat. Er liegt genau auf deiner Leiche. Ach du Scheiße. Ich höre die ganze Zeit meinen Squad hier, ja? Ja, ich habe diese Runde irgendwie gerade etwas zu tun gehabt. Dem konnte ich nicht richtig reinstaunen. Aber ich bin gerade abgegangen, ja. Ja, geh mal wieder ab, Digga. Ich habe eine neue Woche gebraucht. Braucht deine Hilfe. Die ist schon nicht schlecht. Weil, die schießt auch automatisch. Könnt ihr die im Stream jetzt auch neben meinem Squad laufen? Ach, der schiebt da links. Wenn du Wundwerfer. Ah, bis spät. Der hat mich auch direkt nach dir geholt. Ah, shit. Man nennt mich auch Mr. Harbscope. Genau wie gestern in der selben Stelle. Ich glaube, ich muss auch mal ein bisschen scopen. Oh, da sind alle, da sind alle, da sind alle. Ich kann nur auf der Seite, aber auf der Seite. Komm her, Coins. Ich sehe nicht, die kleine Marde. Genau hier unten sind die. Ach, hier ist ja keine Treffer. Ah, komm her, Coins. Sanitäter, da! Wo bist du denn? Bist du nicht, das ist ein Sanitäter oder bist du Sani? Ich hab ihn doch gehittet. Gylkan, ey! Ich hab ihn doch gehittet, Gylkan, ey! Ich hab seine Täter Level 3 gesetzt. Ich hab ihn doch gehittet, Gylkan, ey! wenn ich den noch nicht so richtig kraft. Oh, No Scope-Hit! 72er No Scope-er. Oh shit. Hätte ich den im Header verpasst, wäre alles vorbei gewesen. Nein, nein, nein. Okay. Ich bin der Quickscoper im Base, what the fuck. Oh, ich hab ihn wirklich hart gekwickscopped, den extra zu runter gesprungen. Oh, da bin ich schlecht. Oh, die sind alle da nicht. Oh mein, ja, bestände. Da hinten. Oh, oh. Coins, du standest da und ich hab dich nicht getroffen, wo du dich bewegt hast. Du hast dich kein Millimeter mit dem Schießers mal daneben. Ne, das geht nicht. Ich brauch eine andere Waffe. Oh, das geht schon nicht. Hm, das ist schon faul, was ist das? Oh, snap! Digga, den muss ich mir auf jeden Fall abspeichern. Der war zu sick. Digga, ich Quickscope die alle locker easy weg, ja? Was steht denn da? Oh, ist gut. Ich hätte da nicht die Teams wechseln dürfen. Oh! Oh, du waren doch gerade hier verdammt. Die ist da oben oder? Oh, hohoho! Dekker, hier ist alles vorbei. Ey, dieser MP-Snipe's, maaan. Du hast ja ne Kucklick sagt, oder? Korb, snipest du, oder mach den nochmal? Snipe. Haha, ich snipe alles weg. Mann, ich sterb. Okay, das muss ich der Ball sein. Ich hab keine Money mehr, ey. Ich hab keine Money mehr, ey. Ich hab keine Money mehr, ey. Oh. Serious. 12 zu 3. Oh, man. Sniper Gameplay. Naja, mich hast du ja wohl nicht mit einer Sniper getötet. Das war mir jetzt fein. Ich hab einer Sniper getötet. Von gestern. Ich hab nur Sniper gespielt, die Runde. Wir brauchen keine Party, dann reden wir. Guck's dir an, Kills pro Tod. Und er ist auch noch am Start. Ach, die Scheiße. Schiefermann, komm jetzt, oder? Oh, aber ich krieg kein Ball. Oh, man. Nee, 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 das bin ich nicht. Ich hab schon wieder hier den ganzen Battle Packs. Ich bekomme jedes Mal Battle Packs. Das ist ja Glückssache, ne? Mal gucken, was ich jetzt bekomme. Hast du vom normalen Battle Pack gegen der bekommen, oder was? Ah, ich hab selten bekommen. Und was? Oh Gott, die Runde. Ich hab' einen Freilecken während. Ich hab' zwei. Oh Gott, die Runde wohl, ich bin's gut. Die Doppelten sind einfach verkaufen, weißt du ja, ne? Und dann sammeln. Sammeln Punkte, dass du ne legendäre Dings machen kannst. Hier, schau' mal. Der Map, hoffentlich wollen wir in der Burg. So bin ich jetzt bei euch? Was? Nein, ach, die Scheiße. Ah, da seid ihr. Ja. Das war grad übelst geil auf der Karte. Das ist doch wie gestern. Oh shit. Also ich geh, ich stimme wieder in diese Burg da rein. Jawoll. In der Burg, sozusagen. Direkt am Anfang. Komm, können sie ja versnipen uns wieder irgendwo. Digga, wer labert denn der? Ich bin in unserem Team, die labern. In unserem Squad. Ah, okay. Und ist er! Oh, ich hab's in den eben geschossen, Lotte. Ich geh mit der. Er liegt. Oh, danke. Ich dachte, er wär tot. Er hat's hingelegt. Er lag diese Burden. Ja, wo ist er? Der Zweite? Kommt der hier unten. Ach, das ist wieder diese Burg hier. Ey, die ist aber anders. Hey, du hast geklaut, diese Tür. Der in der Burg. Fisch, Mann. Unglaublich. Ich geh direkt rein. Oh, ja, ey. Irgendwann von hinten waren, ey. Oh, ho, 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 ho. King Foxy. King Foxy kann verkaufen gehen. Der kommt einer hoch. King Foxy kann verkaufen gehen. Oh. Snipes schon wieder, Alter. Soll der Shit. Die Team ist in der Lied. Ich sterb nicht. Oh, ich bin so unfähig, ihn zu treffen, Mann. Das wäre ein sicherer... Oh, ich wär's genau gewesen, Mann. King Foxy, wen kämpfst du jetzt? Ja, wir haben...